Hallo und herzlich willkommen bei Project Makers. Heute geht es weiter mit einem Unity 3D Tutorial. Ich zeige euch die Grundzüge des Erfahrungssystems. Viel Spaß dabei! Wir beschäftigen uns heute mit dem Erfahrungspunktesystem. Dazu zeige ich euch einmal, was ich da kleines gebaut habe. Wir haben wieder unsere Unity-Chan und unseren Enemy, bzw. unsere Katze, unser Haus hier in dem Fall. Und wenn ich jetzt die Taste drücke, erscheint ein Text und ihr seht auch schon hier ploppt was auf, Level 5. Wenn wir uns jetzt mal den Body Control anschauen, haben wir hier Erfahrungspunkte und wir haben die Current Level. Der Wert wurde auch gespeichert. Wir sind jetzt Level 6, 1500 Erfahrungspunkte. Also jedes Mal, wenn ich den NPC, also unsere Katze in dem Fall unser Haus hier anklicke, bekomme ich Erfahrungspunkte. Ist natürlich so nicht ganz sinnig. Ihr solltet es natürlich anders verwenden. Aber um es euch zu zeigen, denke ich, war das jetzt erstmal die beste Methode, da wir erstmal in die Grundzüge reinkommen müssen. Wir werden das Spiel dann natürlich noch richtig verwenden, im Sinne von Gegnern klatschen. Und dann kriegen wir unsere Erfahrungspunkte dafür. Zuerst zeige ich euch mal das Haustier. Hier ist es nämlich relativ einfach gehalten. Wir haben beim Haustier ein Public Float oder allgemein da, wo wir unsere Erfahrungspunkte generieren, sozusagen, haben wir ein Public Float. Also wenn wir unser Haustier anklicken, bekommen wir 150 Erfahrungspunkte. Können wir natürlich im Editor nachher noch ändern. Und wir haben hier in unserer Fixed Update hinzugefügt, wo wir einfach sagen, dass ein Text erscheint. Das hatten wir im Haustier-Tutorial ja schon. Sagen wir Target.SendMessageErfahrungssystem EXP. Wir senden dann also an unser Target, ans Erfahrungssystem, den Wert Erfahrungspunkt oder EXP. Okay, so weit, so gut. Ich denke, das sollte jeder soweit verstehen. Wir gehen jetzt zum Body Control und gucken uns, was wir hier alles Neues haben. Wir haben hier ein Public Float Level Up XP. Wir haben ein Level Up Multi. Und wir haben hier unten noch drei Private. Einmal ein Private Float und zwei Private In, das Level und Current Level. Level Up XP sind 200 am Anfang. Also das heißt, wir brauchen 200 Erfahrungspunkte und Level Up Multi sind 1,2. Das heißt, in jeder Level brauchen wir 1,2 mal so viel wie in der vorherigen. Wir haben natürlich Erfahrungspunkte, die wir aktuell haben, eine Level und eine Current Level. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Wir haben in unserem Erfahrungssystem, das ist das, wo wir unsere Send Message hinsenden, einfach nur die XP übergeben, die wir gerade versendet haben, also die 150 von unserer Katze und sagen unterstrich XP plus gleich XP. Das heißt, wir zählen zu unserer privaten Variable hier einfach die Erfahrungspunkte hinzu, die wir bekommen haben. Danach sagen wir direkt Player Prefs Set Float Erfahrungspunkte auf den Wert XP. Wir speichern also direkt den neu erreichten Erfahrungspunkte-Wert in unserer Player Prefs mit dem Namen Erfahrungspunkte. Danach sagen wir Level ist gleich XP durch Level Up XP mal Level Up Multi und fragen ab, if unterstrich Level nicht gleich Current Level Level Up. Hier sagen wir im Endeffekt, hier rechnen wir uns die Erfahrungspunkte aus, die wir bei der jeweiligen Level bräuchten. Das speichern wir in Level und wenn unsere Current Level nicht gleich die Level ist, die wir hier anhand der Erfahrungspunkte ausgerechnet haben, dann sagen wir Level Up. In unserer Level Up Funktion haben wir Current Level gleich Level, also wir setzen die zwei Werte wieder gleich, damit die Abfrage beim nächsten Mal natürlich auch wieder funktioniert. Wir speichern die Current Level in unserer Player Pref Variable Level und wir sagen danach Fartemp Instantiate Player Pref Level Canvas Transform, also wir instanziieren ein Level Prefab in unserem Level Canvas, das zeige ich euch gleich noch, und sagen Temp Get Component Text gleich Level Plus Current Level to String. Das ist einfach so das, was ihr gesehen habt, wir lassen da einen Text aufploppen, bei dem steht Level Doppelpunkt Leerzeichen und dann die Level, die wir gerade aktuell haben. Ganz wichtig noch, also das hier wird ja auch gespeichert, das sind unsere zwei Funktionen, die wir hinzugefügt haben und in unserem Awake, beziehungsweise im Start, wollen wir das Ganze natürlich laden. Wir fragen also zu Beginn ab, if Player Pref Has Key Erfahrungspunkte, also gibt es diesen Wert, dann sagen wir EXP gleich Player Pref Get Float und wir fragen ab, if Player Pref Has Key Level und wenn das so ist, also wenn wir den Wert haben, wenn der schon mal gespeichert wurde, sagen wir Current Level gleich Player Pref Get Level und wir sagen Level gleich Current Level. Sollte das nicht so sein, ist die Current Level 1 und Level ist auch gleich Current Level und danach speichern wir. Also beim ersten Start wird die Level auf 1 gesetzt. So, schauen wir uns nochmal in Unity das Ganze an. Wir haben hier unsere Unity-Chan und haben hier im Endeffekt einfach nur den Canvas hinzugefügt, einfach rechte Maustaste auf Unity-Chan, UI und dann auf Canvas. Und den Canvas haben wir wie folgt eingestellt, Screen Space Overlay und wir haben Scale with Screen Sites und unsere Standard Screen Sites eingestellt, also in dem Fall Full HD und dann ploppt das da schon auf, denn das wird ja auch unser Parent Object für unser Text Objekt. Wir sagen also in unserem Script, wir haben hier die Level Up XP, Level Up Multi und wir fügen hier hinzu unser Level Prefab, das zeige ich gleich noch, und unser Canvas, das wir hier haben. Unser Level Prefab schaut eigentlich nur wie folgt aus, das ist einfach nur ein Text Objekt, also ein UI Text, in dem Anfang schon Level steht, aber das könnt ihr euch ja aussuchen. Dann stellt ihr hier ganz normal eure Textsachen ein und wir haben noch ein kleines Script geschrieben, das Level Pop Up. Und im Level Pop Up ist im Endeffekt nichts mehr wie ein Public Float Speed, also wie schnell das Ganze aufsteigen soll, eine Vector 3 Position und unserem Start, in dem wir sagen, destroy das GameObjekt nach 2 Sekunden, soll zerstört werden und Position gleich getComponentText, regTransform.position, die holen wir uns da raus, die Position, und in Update sagen wir position.y plus gleich Speed mal timeDeltaTime und dann getComponent, regTransform.position gleich Position. Also wir ändern den y-Wert von unserer gespeicherten Variable und sagen, der ist gleich unser regTransform.position, dadurch bewegt sich das Ganze nach oben. Das Ganze können wir wieder speichern. So, der Speed ist aktuell auf 150, nicht wie es da im Script steht, weil wir hier eine Verbindung zwischen einem RackTransform, also pixelbasierend und normalen Transform haben, das wir bewegen. Deswegen 150, deswegen muss es so schnell in Anführungsstrichen gehen. Auf unserem Haus hier ist einfach, nö, ist gar nichts mehr. Wir haben hier nur eingestellt die XP auf 150 und schon funktioniert das Ganze. Wir können uns hier im Player Prev Editor, können wir uns das Ganze anschauen, also wir haben jetzt die 1500 Erfahrungspunkte. Gehe ich mal zur Katze ein bisschen näher ran. Und wenn wir jetzt aktualisieren, haben wir 1650, beziehungsweise wir können es uns ja auch hier anschauen, bei Unity-Chan und sind auch Level 6 aufgestiegen. Jetzt sind wir Level 7 mit 1800 und ihr seht, da ploppt dieser Text-Scores auf. Haben wir noch genau in unserem Canvas und hier haben wir unseren Text-Klon. Und der ploppt einfach auf und fliegt nach oben weg. Zack, und wird wieder zerstört. Und schon habt ihr die Grundzüge des Erfahrungssystems. Natürlich könnt ihr jetzt, statt eurem Haus hier das Ganze zu geben, zu sagen, wenn ich dich berühre, könnt ihr natürlich das Ganze eurem NPC geben, wenn er zum Beispiel stirbt, wenn er eine Die-Funktion hat und ihr habt dann euren Player als Target. Zur Not könntet ihr auch das Game-Objekt suchen mit dem Tag-Player zum Beispiel und könnt es dahin senden und sagt dann Erfahrungssystem XP. Wie gesagt, wenn der Enemy zum Beispiel stirbt oder wenn ihr eine Quest fertig habt, wann auch immer ihr es ausführen müsst, müsst ihr nur noch das hinzufügen, natürlich mit dem richtigen Target in dem Fall und schon werden eure Erfahrungspunkte höher gezählt und dann dementsprechend auch gespeichert. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da. Ansonsten habt ihr drüben noch den Abonnieren-Button, hier oben das aktuellste Video, hier unten drunter speziell eins für euch ausgewählt und wenn ihr uns im Social-Media-Bereich verfolgen wollt, habt ihr hier unten alle nötigen Links. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Ciao.